In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den SMS Zeichenzähler aktivieren könnt. Und zwar öffnet hierzu die Einstellungs-App, geht dann auf Nachrichten und dann könnt ihr hier die Funktion Zeichenanzahl auswählen. So, und wenn ihr jetzt eine SMS neu verfassen wollt, dann seht ihr hier ganz genau, wie viel von 160 Zeichen euch noch übrig bleiben bzw. wie viel ihr davon verbraucht habt.